Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, Let's Play Dingenswomens Hier, Blablub und so Was können wir für dich machen, Commander? Sind wir hier okay? We can't complain, I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays Kenneth, you're complaining What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed Kenneth, you're boring the Commander with tech In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight Effizienz is an effect, it's a maintenance issue Also, the T6 model can be hard to find Nationalstellar Dynamics discontinued them We could probably find used ones in the Omega-Markets, but we have no time for sure leave Carry on Well done, Commander Okay, and zwar wurde mir geraten, dass ich häufiger mal nachfragen soll, was fehlt denn euch? Und die dann weiter durchziehe die Dialoge Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte... hab ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich das getan hätte Aber allem Anschein nach habe ich das nicht getan Äh... Gut, ne? Passiert Soll vorkommen Grunt Shepard Just checking in Making sure you're acclimatizing The hold is too open Not enough cover Armor is limited Warlord Grant would target here to scatter heavy cargo Then focus on engines That's what tank imprints show about human ships anyway It's how I learned from the tank Old pictures where memory is Like holding a book for a child Just remember this picture after picture No help with finding a reason to care What other human info is floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine You're soft Salarians, Asari, all soft Quarians, not so much Turians You have to work the blade, I guess Don't see much point to it, though Heh, much point Heh, never mind Okay Der war schon so ein bisschen okay Na, könnte man als lustig empfinden Something must move you You're as genetically krogan as you can get I see suffering The dead And I think Weak I'm supposed to be strong My guts were grown from thousands more worthy The dead were weak If they were strong, I wouldn't be needed I don't know why Okir started teaching When he turned on On the tank the first time Find a reason to care about it Okay Auf jeden Fall auch ein schöner Dialog Ähm Hier war ich eben drin Noch irgendwas vergessen hier unten? Ich glaub nicht, ne? So Crew Quarters war, glaub ich, auch gewesen Captain's Captain ist nichts mehr Crew Quarters war diese Nebenmission von der guten, äh, jungen Dame Ne? Hab ich wieder Mail? Jacob? Er war nochmal Jacob? Ach, das war der Typ hier Ja, mit dem ich eigentlich nicht reden wollte Weil er mir so auf den Sack geht Das ganze Geflirte Das ist übel Kommander Sorry, I'm a little unfocused Personal matter It won't affect my duties The Yeoman said you wanted to see me What's this about, Jacob? As I said, it's a personal matter I don't want to waste our time If it turns out to be a goose chase But Well, I got pinged by a ghost the other night Family I'm listening My private log got an update About the Hugo Gernsback The ship my father served on It sent an SOS last week Reporting a crash And requesting a rescue Shepard, that ship went missing Ten years ago I hadn't talked to my father For three years before that I buried everything but a body I'm not convinced It isn't just some automated distress signal Ticking over It's been too long You'd like us to go take a look at the wreck See if it's legit If the coordinates aren't too far out of our way I could at least verify the wreck Who knows, maybe there is actually someone out there I want to also mention that I don't make a habit Of looking for random SOS signals This was passed to my personal log Through Cerberus filters I think we can spare the time Pass the coordinates to Joker I appreciate that, Commander I don't expect more than dusty old bones But It'll be good to close the record Okay And here I hope we can clear up what's going on with the Gernsback, Commander Doubt my father's alive after all this time Was there anything else? Just eager to get going Any thoughts on how to prepare against the collectors? They specced this ship to the original Normandy But you were there The collectors cut her like butter This armor just isn't top of the line anymore People will die if we don't upgrade Alliance had some new toys in secret dead before I left I could try and pull a few favors Okay, are those now Are those now other? Heavy ship armor Okay That were now probably other upgrades Shepard, how can I help? Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Sorry, I've done what I can Focusing on studying collector tech now I'll let you work We'll be here if you need me Okay, also das heißt Ich sollte theoretisch einfach nochmal mit allen sprechen Und gucken, ob wir nicht Irgendwo nochmal Updates rausbekommen Das war nämlich auch ein Tipp Danke, das wollte ich jetzt nicht wissen Aber es ist schön Dass du das so einschätzt Ähm Also Am Anfang dachte ich immer Dass das nicht so gewesen ist Aber gut Nee, nicht falsch Äh, ich wollte nochmal zu Miranda gehen Mal gucken, ob die noch was für mich hat Machen wir doch irgendwo Jack sitzen Ich hab keine Ahnung, wo Jack sitzen soll Oh, jetzt hätte ich fast investigate Machen können Und nochmal gucken können Ob die Upgrades hat Aber die Dialoge hatten wir ja schon mal Beim letzten Mal Cosmetic Surgery Equipment Ah, da hinten hätte ich jetzt Ja, da hinten kann ich jetzt reingehen oder was? Ah Okay, wo ist denn das Ding jetzt? Ja Ich muss da erst hingehen Das ist interessant Okay Gut zu wissen Jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit Äh Sich nicht verflüchtigt hat Diese Namen da Oder dieses, äh Ja, Namengewebe zumindest Interessant Ich dachte, es reicht einfach Das Ding auszubauen Ah, ist der Koch, oder? Commander Shepard The Hero of the Citadel You did Humanity proud that day Miss Sergeant Rupert Gardner here How can I be of service? Do you have everything you need? I make do But have you ever tried to prepare A decent meal with military provisions? I'm good But I'm no miracle worker Taking down the collectors Is going to be rough business The crew deserves a few fine meals Before they throw themselves into the fire What do you need? If I had some quality ingredients Ah, shit You've got more to worry about Than grocery shopping on the Citadel Forget I mentioned it I have more important things to do Understood If the Anything else you'd like to talk about? Do you have everything you need? If you happen to find Any of those supplies on the list I gave you It would be much appreciated Otherwise I'm doing fine I won't take any more of your time Back to work Okay, I have The falsche Dialogoption genommen Sorry, was not planned Shepard Need me for something? Have you got any upgrade ideas For the Normandy's weapons systems? A few, yeah Here, take a look Ship enhancements Natürlich nehmen wir die mit Shepard Need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations Talk to you later, Garris I'll be here if you need me Normandy Weapon Upgrade Haben wir gekriegt Nice Ähm Gut Wo ist denn jetzt Jack Oder Hieße die Jax oder Jack Weiß ich gar nicht Live Support Ist niemand drin Glaube Im Ne Also im Klo ist sie nicht Das ist interessant Sie wollte eigentlich in die Cargo Bail Müsste eigentlich ganz unten sein Frauentoilette ist sie auch nicht Okay Man kann ja mal schauen Vielleicht ist sie ja da Müsste die aber doch Ganz unten im Engineering sein Oder Wander Das kann ja doch eigentlich Gar nicht mehr sein Und dann Müsste ich sie doch eigentlich Hätte ich sie doch finden müssen Nochmal Ist sie hier unten Vielleicht Es kann auch sein Dass sie Die Jack Jax Sehen wir gleich Da ist Gut Da ist Er, sie, es Wie ihr, sie Prototypes Subject Zero Biotic Boost Nähmen wir mit Hey Tell me about you, Jack I'm still finding out about me Thanks for letting me look at these files If they're helping you, that's good enough for me Don't be my buddy You need me to kill for you I need you for these files Let's leave it there Your friends at Cerberus are into some nasty things I'm gonna find something I can use I just know it What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility I escaped when I was a kid Been on the run ever since And they've been chasing me ever since But soon I'm gonna chase them You don't have to live in this pit, you know It's dark, quiet, and hard to find That spells safety to me You know This ship is a powerhouse You could go pirate Live like a queen I could help We have to stop the collectors I don't have time for piracy When this is done We'll either be dead Or out here In space With this ship Think about it Lots of creds Freedom to go wherever you want And all the mayhem and fighting I could want What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies And it's not me My chances of survival go up Sem- Okay I should go Yep Interessant Okay There are still a few other dialogue options With her I'm so a bit of a bit of a bit of a bit of a background story Must always be Hello Hey What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem Miranda is a Cerberus bitch Knew that before she opened her mouth What do you think of our mission? I don't care I'm out to survive it, then cut loose Tell me about you, Jack I'm done talking Come back later I should go Yep Das ist wieder so unheimlich gute Dialoge Richtig schön Das ist auf jeden Fall cool Gut, und euch beiden habe ich gesprochen So, dann würde ich nur mal gerne wissen, ob ich häufiger mit denen sprechen kann Also mit den Leuten mit den Upgrades Oder ob das jetzt quasi jeder nur ein Upgrade gibt Wo das es dann gewesen ist Willst du mir nicht sagen, ob ich Mail habe? Nee? Okay Dann halt nicht Wollte ich auf dem Planeten landen? Nee, Horizon Horizon waren wir fertig Äh Die sind noch unexplored Den kleinen, nee, haben wir noch nicht Niara Ist hier noch irgendwo sonst was? Nee Hier ist halt echt nichts mehr Niara Komm, dann machen wir einfach mal jetzt nochmal ein bisschen Äh Scanner-Stuff Ah, weichhaltig Ah Kriegen wir wieder mal ein bisschen Erze Ne? Habe ich ja wieder dringend gebraucht Na, mein Vorrat, wie ihr seht Ist jetzt durch die ganzen Upgrades Schon wieder Sehr stark, äh, eingebrochen Und Zero haben wir noch 23.000 Ist ja gar nichts Hallo Null ist das Müssen wir mal ganz dringend wieder Wieder einkaufen gehen Jetzt würde ich einkaufen gehen, sag ich schon Äh, Shopping Shopping auf Planeten Die wir einfach ausbeuten Joa Kann man mit leben, ne So als So als kleines Taschengeld Könnte man sich mal so ein bisschen Palladium mitnehmen Palladium ist ja glücklicherweise nicht irgendwie so Mega teuer oder so Von daher Kriegt man ordentlich Kohle da raus Ach, nur ein kleiner Spike Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht So Ja, also Ich habe wieder schöne Kommentare bekommen Fand ich auch sehr cool Hat mich gefreut, dass Leute versuchen Mir zu helfen bei dem Spiel Ähm, es ist ja Es ist ja wirklich so, dass ich überhaupt keine Ahnung habe Äh, von nichts Und ich finde es eigentlich ganz cool Mal wieder ein Spiel zu spielen Wo ich wirklich Ähm Ja, selbst miträtseln muss Wo ich nicht einfach durchrennen und sage So und so und so In Dark Souls 1 Ist mittlerweile schon so ein bisschen Routine auch geworden, ne Habe ich so oft gespielt Auch wenn ich mittlerweile echt ein bisschen raus bin aus Dark Souls Äh, was eben an der schlechten PC-Umsetzung Und der Steuerung widerlegt Ne Dark Souls 2 würde ich wahrscheinlich besser hinkriegen Aber Ja Habe ich jetzt mal ein bisschen Dark Souls gespielt Letztens Und äh Jo Schauen wir doch mal Kriegen hier echt gut wieder Zeug raus Wow Können wir das so Nehmen? Geht das so? Ist hier unten? Ne Das sieht doch schon ein bisschen nach mehr aus Müssen wir mal gucken, dass wir auch unsere Probes mittlerweile mal so ein bisschen Ja Lohnende einsetzen Weil wir müssten hier wieder Komplett raus Ich bin müde Warum bin ich so müde? Verdammt Da ist ein großes Vorkommen War das nicht sogar hier, wo wir Jax getroffen haben? Ich glaube schon, ne? Ich meine, das war hier irgendwie Ah gut, wir haben Jax jetzt auf unsere Jax Ja, Jax Sag ich als Jax Ich glaube das liegt an An meinem DC's Legends of Tomorrow Konsum Ne? Weil der gute, äh Jefferson heißt nämlich Jackson Glaube ich Und nennen alle Jax Und deshalb komme ich glaube ich mit Jack nicht so klar Aber mit Jackson Weil ich diesen Namen halt jetzt Durch diesen erhöhten DC-Konsum So häufig Gehört habe Von daher Jo Lassen wir es heute mal gut sein 18 Minuten Nur passt 2 Minuten glaube ich Kriegen wir eh nicht mehr großartiges hin Wir sehen uns in der nächsten Episode Macht's gut Bis dann Tschüss Tschüss